Musik 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 Aber sonst ist es super, wir haben hier eifrige Fahrradkuriere, die rumgefahren sind, es sieht klasse aus! Musik 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 Wie soll Gerechtigkeit möglich sein? Was wir dringend brauchen, ist eine Begrenzung der Größe der Banken. Wir müssen miteinander reden. Denn das, was wir im Moment haben, ist schon lange keine Demokratie mehr. Demokratie kann nämlich nur von unten kommen. Demokratie braucht die Beteiligung von uns allen. Und Demokratie ist nur möglich, wenn die derzeitigen ungerechten und oft auch ausbeutlichen Strukturen endlich überwunden werden. Demokratie ist nur möglich, wenn die Beteiligung von uns allen. Demokratie ist nur möglich, wenn die Beteiligung von uns allen. Musik Die Occupy-Leute freuen sich auch über Besuche und mitzeltende und kämpende am Bundespressestand. Banken in die Schranken und Suppe in den Bauch. Auch die Polizei ist herzlich zum kostenlosen Essen im Camp-Bundespressestand von Occupy Berlin eingeladen. Kostenlose Mahlzeiten für frierende Polizeimahnte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir brauchen das System für unser Wasser, unser Food, unser Fuel, unser Shelter. Wir sind unter anderem dependent auf es. Das System ist für unsere Dependency.